Dann im Doppelfinale bei der Bayerischen Aufschlag Franziska Schreiner und jetzt passiert genau das, was ich ein bisschen befürchtet habe. So etwas funktioniert nämlich in der 3-Sliga genauso wie bei den Superstars. 1-0 haben die beiden geführt und dann hatten sie 2 oder 3 Satzbinder zum 2-0. Einer davon war recht unglücklich, den Kantenball der Gegnerinnen. Wenn ich dachte, die Kante geht, führen sie 2-0 und dann schaut es hier ganz anders aus. Aber das mussten sie erst mal verdauen und waren prompt im 3. Satz ganz schnell richtig deutlich hinten. Jetzt haben sie sich wieder gefangen, also so von 1-4 auf 5-4, jetzt 4-6. Bei-Aufschlag Franziska Schreiner an der Seite vom Tiefenbrunner. Auf der anderen Seite nimmt Katharina Michailova den Aufschlag an. Gegen die jüngste, ich glaube, die ist erst 14. Naomi Frankowitsch. Das überzeugt mich nicht so ganz, was sie spielt. Sie ist ja hier als Nummer 1-Gesetzte ins Einzel gegangen, hat das Club 0-4 verloren gegen die Franziska Schreiner. Na, das war dann schon eher mal eine Andeutung dessen, was sie eigentlich kann und können sollte und hier bringen sollte. Ja, also die wie kann es auch bei den Mädels ohne Ende sichtbar hochentwickelt. Das darf sich vielleicht, unter Umständen, Dimitri Ovcherov auf die Fahnen schreiben. Ich sehe das ja immer mit kritischer Miene. Das ist was Schönes, so eine Knallhard-Dürkhand. Aber mehr so als kleines Extra für ein Spiel, das man irgendwo schön auf der Vorhandseite plant. Und aggressiv durchzieht, wenn man dann in der Reserve, in der Hinterhand noch eine gute Rückhand hat, dann ist das natürlich eine richtig schöne Geschichte. Vorzeigebeispiel unser Herr Rosskopf, der Nationaltrainer. Der, dass er auch immer wieder in Indivis gesagt hat, hier schaut alle auf meine Rückhand, ja, die schaut gut aus, die ist schön, die ist gefällig, aber ihr wisst doch, Punkte macht man nicht durch Schönheit. Mein Ziel ist es immer, mit der Vorhand zu punkten. Es fällt nur auf, wenn dann die Leute mich auf der Rückhand halten, weil sie Angst kriegen vor meiner Vorhaut. Was war denn das für Verspreche, Igitt? Schneiden wir nicht raus. Wir schneiden nicht, weil wir keine Zeit haben zum Schneiden. Bleibt so. Also, wenn ich dann mit der Vorhand presse, dann spielen sie mir auf die Rückhand. Und dann habe ich halt immer noch ein Gerät berat, die Riesenrückhand durch seinen Rosskopf. Bei Offshoff ist das komplett anders. Er ist mühsam, seit einigen Jahren dabei, das umzustellen, dass er wenigstens ein Fifty-Fifty kommt. Aber der hat immer sein Spiel über die Rückhandseite aufgezogen. Ich meine, das muss ich ja niemand erzählen, dass ich das auskomme. Und er orientiert sich natürlich am Idol, er ist ja momentan die Nummer 1 der Weltrangliste. Macht das nach. Ein zweischneidiges Schwert. Also, ich habe hier schon geniale Rückhände gesehen, aber fast genauso viele geniale Blocks, diese Rückhände. Okay, das ist jetzt nicht so schiefgegangen, wie ich befürchtet habe. Also, dass man den zweiten Satz durch Pech, oder sehr knapp zumindest, verliert. Und dann den dritten gleich hinterher. Am Anfang hat er so ausgeschaut. Die beiden hatten den deutlich besseren Start. Die beiden hatten das deutlich bessere Ende. 2 zu 1, Franziska Schreiner, Laura Tiefenbrunner.